so da werden wir die scheiße hier mal weiter suchten und landwüste los geht's ich glaube ich stehe action gleich hier ich geh zur sache hier da erst mal durchblicken hier das ist ja heftig hier mal kicken wo die alle sind jawohl nein ganz ganz knapp wo ist denn hier los ey hohoho alter scheiße ey ich will kalle skywalker commander skywalker ist unterwegs zu uns boah ist ja heftig ey ja er steht da so einfach scheiße kämpfer boah wo bin ich denn hier ey hey komm ey wenn mal ist da einer wir nehmen einen kontrollpunkt in besitz das tut mir ja du kleiner kitzler also ja ja ne mal 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 mann, ey, gibt's da nicht oh, was ist hier los gibt's da ja, ne lustig, alter scheiße hätt ja klappen können ich hab heute gewusst, dass er da schwitzt dreckig ja gewusst, ey dass er inna war wir haben den kopfgeldjäger besiegt oh, alle drehen sie durch hier scheiße wir müssen das schlachtfeld unter kontrolle bringen ach man oh, das war keine chance gehabt, ey war ja ne schnelle runter oh, scheiße, ey na ja auf zur nächsten spitzigen runde bis dann auf das war ja, yeah wir haben die 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 Vielen Dank.